Max und seine Freunde erkunden Hamburg. Hallo, schön, dass du hier bist und die deutsche Sprache lernen möchtest. Hier hörst du eine kurze Geschichte, um deine Deutschkenntnisse zu verbessern. Es war eine sonnige Frühlingswoche, als Max und seine Freunde sich entschieden, eine Rundreise durch Hamburg zu machen. Sie waren eine bunt gemischte Gruppe von Studenten, die aus verschiedenen Teilen Deutschlands kamen und sich in der Universität kennengelernt hatten. Max hatte schon immer davon geträumt, Hamburg zu besuchen und war begeistert, dass seine Freunde mit ihm kommen wollten. Ihre Reise begann am Hamburger Hauptbahnhof, wo sie ihre Rucksäcke abstellten und sie auf den Weg machten, um die Stadt zu erkunden. Ihr erster Halt war die historische Speicherstadt, wo sie die berühmten roten Backsteingebäude bewunderten, in den vielen Geschäften und Cafés einkauften und ein leckeres Frühstück genossen. Als nächstes begaben sie sich zum Hafen, wo sie eine Hafenrundfahrt machten und die vielen Schiffe und Boote bestaunten. Sie waren beeindruckt von der Größe des Hafens und der Schiffe, die dort anlegten. Die Freunde konnten sogar einen Blick auf den Containerhafen werfen, der einer der größten der Welt ist. Nach der Hafenrundfahrt besuchten sie die Elbphilharmonie, die spektakuläre Konzerthalle am Wasser. Sie fuhren mit der Rolltreppe bis ganz nach oben und genossen die atemberaubende Aussicht über die Stadt und den Hafen. Am nächsten Tag machten sie sich auf den Weg zum berühmten Fischmarkt, wo sie frischen Fisch und andere Leckereien probierten. Es war ein lebhaftes Treiben und die Musik und die Atmosphäre waren unglaublich. In den nächsten Tagen besuchten sie viele weitere Sehenswürdigkeiten wie den Michel, das Miniatur Wunderland und den Stadtpark. Sie machten auch einen Spaziergang durch das Schanzenviertel, welches für seine vielen Restaurants, Bars und Geschäfte bekannt ist. Es war eine unvergessliche Reise und Max und seine Freunde waren begeistert von der Schönheit und Vielfalt der Stadt Hamburg. Sie hatten viele neue Eindrücke gesammelt, Freundschaften vertieft und Erinnerungen geschaffen, die sie ihr Leben lang begleiten würden. Falls dir das Video gefallen hat, abonniere und like gerne meinen Kanal. Siehe dir gerne noch weitere interessante Videos von mir an. Tschüss, bis bald.